Schieß auf mich! Fuck! Ich hab dich! Ich hab ihn getroffen! Ich hab ihn getroffen! Klasse! Aus! Ich bin tot! Mann, der stand genau an dem Straßenschild! Ich hab das Straßenschild zweimal getroffen! So, ich hör einen Heddy bei mir, wo ich bin! Neuer Joint! Ich hab irgendwie das dumpfe Gefühl, dass er weiß, dass ich hier bin! Und versucht genau so lauert! Genau, und die Kacke jetzt versucht auszusitzen hier! Ja, dicker 2km! Sehr gut! Und ich nehmen mir mal an, dass eine Waffe noch da liegen wird! Weil der ist recht schnell gewesen! Ja! Du kattest mich jetzt gerade auch ein bisschen an! Wenn ich natürlich gewusst hätte, genau wo du lagst! Hätte ich ihn schön überraschen können! Ja! Can't find a Heddy anywhere! Garant! Nein! Das wars! Heddy? Ja, Heddy ist gerade in Luft geflogen! Mann, Alter! Warte, 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 warte! Ey, meine Hoffnung ist jetzt, wenn er das mitgekriegt hat, geht er jetzt die Leichen luden! So, also bei uns zwei Kilometer in der Nähe fliegt ein Löffel durch die Gegend! Okay! Aber der fliegt weg vom... Ach, das war zum Kotzen, ey! Komm schon, geh die Leichen luden, dicker! Geh! Gut, aber theoretisch, äh... Kannst du die Jo wieder gut ausrüsten bei den Leichen? Ja, mich jagert's jetzt wegen dem Dings! Ja! Dann hab ich schon halt weggeholt und dann... Okay, ich seh da was! Warte mal, das ist fit! Ne, das ist ein Spieler! Äh, ne KI! Da lang! Scheiße, muss ich gern mal schwimmen! Äh... Oder ich kann da außen rumlofen! Ne, kann ich nicht! Doch, kann ich! Nein, schon! Aber... Wo bist du? Okay, jetzt kommt hier auch... Jetzt wird auch eine Little Bird! Oh, der kommt hier auf mich, zu wie flogen! Mhm! Dann wird das sunt Kumpel! Oh, das wird perfekt! Geh hier runter, dicker! Ja, komm! Den Lillberg hier runtergehen! Oh, dicker, der kommt hier! Was fliegt denn da? Nein, der fliegt weg. Halt. 1,4 habe ich noch, weil ich ein Stück geschwimmen musste. Das kotzt mich ein bisschen. Also eine KI steht wie gesagt noch, das ist der, der auch am Heli stand. Das ist zwar der Heli explodiert, dann ist der umgefallen und dann ist er irgendwann wieder aufgestanden. Aber ich weiß nicht, was mit diesem anderen Kackspieler ist. Ob der jetzt abgehauen ist, oder? Ich weiß nicht. Nein, ich werde ja gleich Stratter hätte langlaufen und ich werde ja meine Sachen wieder haben. Oh, ich bin hier an der Base, da steht auch ein Heli drauf. Ich bewege mich jetzt mal ein bisschen in die Richtung, wo ich letztes Mal ihn gesehen habe. Oh, so weit? Ach du Scheiße. 1,2 Kilometer sind ja ein schönes Stückchen, sehe ich gerade. Wenn auch ein riesen, riesen Wasserkotestück dazwischen ist. Ach so. Eieieiei. Oh ey, Muni kommt hier an und macht Zensor auf. Wird mir gleich kalt. Okay. Juh, dann roll ich mich mal wieder zurück. Wenn ich schieße, einfach ein bisschen pre-firen und dann vielleicht triffst du ihn ja. Wenn ich überhaupt wüsste, wo er jetzt hin ist, dann ja, aber... Einfach in den Busch pre-firen. Er weiß danach zumindest, wo du bist. Ja. Dann geht das Spiel los. Stell dich dem Kampf, Digga, stell dich. Na gerade, bis du hier bist. Ach so. Wir wollen ja keine Fernkampfe führen, wir wollen gewinnen. Ja, doch. Weiß drauf. Ja, wir müssen jetzt erst mal warten, bis du hier bist. Oh, warte, ich muss echt schwimmen? Shit, Mann. Oder, 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 oder? Ich könnte auch... Nein, das ist in den Sinn. Ah, ich krieg nen Krieg. Oder, 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 oder? Ah, scheiß drauf. Wo lang? Ich bin quasi... Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, wir kommen dann direkt hinterm Heli her. Äh, raus dann bald. Ah, okay. Das ist natürlich das Problem. Also, nicht aus der Richtung, wo wir gekommen sind, sondern aus der anderen. Oh, die KI steht jetzt gerade da und guckt mit dem Fernglas in der Gegend rum. Ich sag mal so, wenn du die KI siehst, die steht auf dem Berg drauf oben, wo der Heli stand. Die müsste es ja auch sein. Hat zwar ne Sniper, aber, ähm, dann sagst du Bescheid, dann knipsigen aus. Okay. Ich suche grad was, was ich in meine W-Taste stecken kann. Äh, aber... Verdammt. Von ner anderen Richtung aus, sagst du? Glaub ich. Also, ich bin mir grad nicht ganz sicher. Ich komm vom Wasser aus. Und, äh, jetzt bin mitten im Wasser und sind nur noch 700 Meter. Ah, hier, das macht Sinn. Naja. Hähnchen. Deswegen... Dachte ich jetzt, ja, das wird wahrscheinlich... Ach, jetzt. Mütig sag mal so, die anderen mischen die wir jetzt richtig am Hintern der Welt. Also, wenn wir den Heli gehabt hätten, ja. Ja. Ohne Heli, nein. Halt. Oh mein Gott, Dicker, hast du was zu trinken? Äh, ich bin auch... Oh, den verdruste gerade. Ich bin auch im Wasser. Du hast noch was zu essen, eventuell. Äh, gibt's da ja. Aber ich brauch auch trinken. Ich hab nichts mehr. Hat man grund... Grundausstattungsmäßig was dabei? Das weiß ich nicht. Vielleicht guck gleich mal. Warte mal. Äh, ich mach mal kurz Fenster zu. Schwimmt aber trotzdem weiter. Da hast du klemmt. Sekunde. So, wir gehen wieder. Ähm, ich weiß gar nicht, hat man was? Ne, ich glaub du startest ja voll. Da hast du glaub ich nichts dabei. Wir gucken mal. Ja, also einer von dem... Dick bewegt mich ja gerade eh nicht. Ich liege ja gerade und dementsprechend ähm... Also chillste. Richtig. Wurde man in Wirklichkeit glaub ich auch nicht anders machen, wenn man Durst hat. Richtig. Sehr toll. Oh, Heli kommt. Echt? Ja. Fliegt aber diesmal einen Bogen hier rum. M'kay. 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 Ich bin mir nicht hier ganz sicher von... Na gut. Du bist doch vom Hinteren... Na, ist egal. Wir gucken gleich. Aber ich bin... Das kann ja gar nicht sein, aber... Punktrichtig gesetzt? Ja. Wie viele Meter ist da noch? 500. Bist du heute die Stelle schon fast sehen? Ja. Ich glaube, da ist ein ganz flacher Hügel und äh, ich glaube es genau auf der Hügelspitze. Weil der Hügel startet direkt am Wasser. Mhm. Das Problem ist, dass es dann auch noch 500 Meter schwimmen heißt. Oh, ich sehe rechts von mir einen Tower. Mhm. 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 Oh, das sieht so aus. Könnte auch ein Stein sein und ein Schatten, aber wer weiß. Ich bin am Strand. Also die KI-Leichen liegen immer noch rum. Oh, da ist der Spieler. Glaub ich. Ja, ja, ist der Spieler. Was macht der, Digga? Ah, der wirklich gekillt. Der fährt mit dem Fahrrad da rum und die KI schießt auf ihn. Ja, ich höre die Tüte. Ist aber, ist aber Freshborn, wenn ich das richtig sehe. Da ist eben die normale Stormflash, war der nicht. Alter, der ist direkt um die KI umgefahren. Die hat ihn nicht getroffen. Okay. Jetzt fährt er nach rechts weg. Oh, jetzt wird er wieder beschossen, Glück. Ja. Also ich höre selbst, also ich höre die Schüsse. Gut, noch 460 Meter und ich habe festen Boden unter den Füßen. Naja, eher Sumpf. Wird immer noch beschossen, das war richtig weit weg. Der ist jetzt scheiße, der ist jetzt in meinem Rücken. Kotzt mir ein bisschen an. Gut, aber dadurch, dass die KI auf ihn geschlossen hat, weshalb ich nicht wo ich bin. Bauchblick jetzt mal. Ja. So, bei mir sind es 200 Meter, ich hoffe... Hm. Du sagst mir, weil ich die KI ausknapsen soll, ja? Ja. Ich würde es, wenn ich sie nicht sehe, nach Meterzahl der Entfernung machen. Ich hoffe, dass meine Leiche noch da liegt. Kann ich dir nicht sagen, weil ich nicht weiß, wo sie lag. Aber ist nicht so schlimm wegen dem... Wenn die KI noch da liegt, müsste es ja auch einen Gun weggeben, da. Richtig. So, ich bin noch 80 Meter von dem... Von Punkt entfernt? Ja. Digga, dann musst du ja schon fast bei der KI sein. Ja, muss ich ja auch. Warte mal, dann knipsig die jetzt aus. Treffer. Down? Ah, liegt auf jeden Fall. Ich ziehe jetzt weiter auf die. Sollte sie wieder aufstehen, hol ich sie mir. Okay. Jo, die kann man jetzt genau auf den Punkt zu. Ah, ich bin hier hinter der Straße, hm. K.I. liegt noch. Ach, die Tankstelle? Hier liegt jemand direkt auf der Straße, hm? Wenn ich ins Bild laufe, bin ich da. Ich glaube, der ist ja okay. Ja, jetzt sehe ich. Was auf den oberen geradezu war? Genau. Wie kann ich denn die nicht looten hier? Dann lebt der noch. Oh ja, der lebt. Er steht auf. Er schießt auf mich. Fuck, kaputt. Ich hab ihn getroffen, hab ihn getroffen. Krass, aus, ich bin tot. Mann, der stand genau an dem Straßenschild. Ich hab das Straßenschild zweimal getroffen. Ja, ich hab's gehört. Bing, bing. Ah, der Typ, ey. Ah, dieses lange Schwimmen voll im Sonn. Warum kann ich nicht Check-Pulse oder so'n Scheiß machen bei dem? Ja, ist KI, aber... Mittelwehr... Ach, Mann. Mann. Ach, ey. So. Oh, was hab ich denn hier für'n Bug? Okay. Oh, das sieht gut aus, Digga. Ich glaub, ich bin richtig nah dran. Warte, ich weiß noch in etwa, wo es war. Es war hier irgendwo. Ja, 212 Meter. Hast du einen Schweinjauer. Siehste. Das war alle geplant, Digga. Das war alles geplant. Du hast doch E-Fresh spawnen. Hm. Ich ziele immer noch... Ich hab noch mal getroffen. Er liegt. Ich ziele immer noch auf ihn. Ja, ja. Hm. Das Problem ist, ich kann extrem schwer erkennen, ob der tot ist oder nicht. Ja. Ja, ich hab ja genau, als du gesagt hast, er wird ja noch Leben, hab ich mich umgedreht. Und genau in dem Augenblick... Richtig. Ich hab ja gar nicht gesehen, wie er auf dem Stand ist. Wie er hochzaubert. Aber der hat auch gleich sich umgedreht. Und gemütlich mal auf mich gezielt. Der Penner. Ja, dass man hier nicht boxen kann. Schüsse? Dicker? Dicker, hier sind richtig nahe Schüsse. Ja. Hab ich gehört. Schießt er auf dich? Nee. Geh mal in meine Beobachtungsposition. Oh, ein. Mir greift, mir greift, sondern zum Ihan. Fuck. Bist du das der Ihan? Muss kurz weg, muss kurz weg. Gibt mir mal Input. Wir hatten hier so oft geballert. Das ist doch mal schwer. Ich weiß es nicht. Das kannst du dir nicht sagen. Wann er schäm ich gerade? Weiß nicht, ob das KI... Also... Aber auf wen schießt die KI denn? Ich bin genau hinter der KI jetzt. Da wo der Typ war. Aber der liegt. Ich robb mal hin zu der KI. Ich muss mir irgendwie... Ich robb auch mal Richtung Schüsse. Der kommt von der Tankstelle irgendwie, oder? Ich sehe aber nichts. Ich sehe gar nicht. Der kommt auch von meinem gleichen Gesicht. Immer gleich viele Schüsse. Ich sehe dich robben. Genau gerade von mir kommt es hier. Oh, die liegt noch weg. Achterbending von eben. Ja gut, jetzt ist meine andere Leiche sowieso weg. Die liegt es von mir. Ich glaube ich... Ich will keine hole wo cher. Naja. agradnend, Untertitelung des ZDF, 2020